Am 8. und 9. Juli 2016 hat sich Seegräben im Wald getroffen, und zwar am über 100 Jahre alten Waldfest. Aber nicht nur aus dem Dorf, auch aus den umliegenden Gemeinden hat es viele Leute auf den Festplatz gezogen. Sehen Sie im Video auf www.zürichost.ch wie bei Raclette, Wurst und Crepe und sternenglar im Himmel ausgelassen ist gefestet worden.